willkommen zu einem neuen video ich mache den ton an wenn es laden würde ganz so vorteil der klash real der neunzehntel ich bin jetzt das letzte mal an ich hoffe ich krieg den ich vorher nie bekomme so angry Hehehehe-ha! Ha-ha-ha-ha! Du denkst nicht mehr so für Cartonhead? Let's go! Wieso? 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 Wieso?! Wieso?! Wiesoápisieren Perlen? Was ist denn das so schön? Was ist das so schön? Was ist denn das? Was ist die Prinzessin nicht getroffen und die Loser? Was ist die Prinzessin? Was ist die Prinzessin? Was ist die Prinzessin? Los, ich muss angreifen. Ja, ich hoffe, der kann nicht mehr helfen. Ja, die Pekka könnte nicht mehr machen, die Babys. Ist mir egal. Ich meinst dir ne Kippie-Kippie. So, da. Okay, der Prins hat noch nicht mehr Arbeit. Der Prins hat fast alles in den Hirn zu stehen. Dann wird er wieder in den Hirn zu stehen. Du, trägst alles Ganze. Oh, die Wand muss ich nicht schaden. Ja. Du, trägst alles in den Hirn. Komm, Häckchen, hier. Du, trägst mein Scheuer mal in dein Gesicht. Und die Häckchen verpiss dich. Ja, der wird Schaden dadurch nicht so interessiert. Ich will langsam nicht mit detenw cha. Wie absolut, die Idee bin ich schaden." Die Eingotend ist er richtig". Ich habe jetzt nicht mehr контр, aber der Wirken zwei. Ab schade sind einfach. Nicht sicher, ich habeaju Fragen. Wir werden wir önsieme noch добавieren. Oh mein Gott. Tja. Drei Kilometer rum. Ich möchte es nicht. Und da können wir nicht. Bis zum nächsten Mal. In drei Stunden. Ähm. Ja, ich habe euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.